Es hilft ja nix, mich friert es wie ein Schneider. Bitte, ich leg noch ein bissl was nach. Ach, was soll ich denn nehmen? Fünfer, Zehner, oder soll ich vielleicht doch einmal wieder echt das Brennholz rein tun? Ja spinnst du, solange wir Geld zum Eiheizen haben, brauchen wir mir kein Holz hernehmen. Nimm ein paar Zehner und leg es rein, das hält wieder eine Zeit lang.